Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. So am Anfang, wo wir einmal beten, dann werden wir drei Leute sehen. Wie fahrt ihr denn hin? Herr Jesus, ich hole dir und danke dir für das wunderschöne Tag. Ich danke dir für diese Wege, die vergehend sind und die du mit uns hier raus willst. Ich freue dich, dass du jeder kennt und jeder präsent, was von dir ist. Herr Jesus, dass du dir ein sehender Tag. Ich freue dich, dass du dir ein sehender Tag und dass du dir ein wunderschöner Tag hast. Amen. So, ein neues Lied, wo Leute singen heute ist, Jesus liebt dich ganz gewiss. Dort schauen wir bestimmt, oder? So singen wir nicht mehr, wo immer ihr seid. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies, Alle Kinder, groß und klein, lebt er herzlich zu sich ein. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Sterne schuf alle, der Herr. Mein Gott ist so groß und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. So, ja. So, ja, ich bin in der Küche, denn ich habe eine ganz spannende Geschichte, die handelt von einem Pinguin. von Percy heute. Sehen die Babi mal so eine, als die Geschichte von Deo sagt. Ich möchte von Deo etwas freuen. Haben Sie einmal gefreut, wenn Sie ganz anders sind, aus der Onde kennen? Oder haben Sie manchmal nicht die Welt gefreut? Weil Deo ganz besonders am Kindleube kennen. Wir hatten eine lange Zeit an, wo das schwer wird. Während es hier war, seht ihr über die Schöne, ihr könnt nicht die Schöne gehen. Seh, und von Deo macht die Zeit, und Gott ihnen so sehr, sehr lieb. Und jeder von ihnen ist ganz einzigartig. Gott hat ihnen alle gemerkt, und der läuft ihren Kreuz, die sind. Und wenn ihr mal Fehler merkt, und wann die Seine oder andere hat, der läuft die reine Kreuz, die sind. Und du riechst noch wie von Deo hier. Ein Pinguin tanzt aus der Reihe. Du riechst noch wie eine neue Heere. Das ist wie eine kleine, ganz verschneute Insel. Mit einem easyen Meer. Und du, du lebst eine kleine Gruppe von ganz perfekten Pinguinen. So wird er ganz glücklich hier ins Hof und so sehr vernünftig. Einmal fein glücklich. Oder, warte ab, Percy. Du wirst, na jo, nicht ganz so perfekt. Der andere Pinguine, der heute ganz ausprobiert er den Fisch. Bloß, Percy, der spielt mit dem Etero. Bennehm die Percy, sieh der geratzter Pinguin. Und dann, während der andere Pinguine man ernst zu mir sah, da ich den Schneu wutschelte, rutscht Percy einfach so ab und guckt den Boach rauf. Sieh doch wohl verseitig, Percy, grummelt der älter Pinguin. Oh! Die andere Pinguine, die schwame ganz, die scheit, und fange viel Fisch. Die raupe viel Fisch. Aber Percy, der sprang, und habs, im Wouterrand. Na mir gauw saltos, und laun, mit einem gereiten Platsch im Wouter. Ah, le postafel ab, Percy, sieh der kleinste Pinguine. Die dufe Pinguine. Und wenn das dann sehr, sehr kalt war, dann kuschelte die Pinguine sich alle ganz eng tun. Percy fuhlt sich in die Mäde, fand ich gerade ganz warm in die Bari. Aber dann, oje, muss heute pupsen. Ui, da stunk sehr, ja mal so. Ich kenn Percy, zeiden die Pinguine. Die stecken, der Pinguine. Und sie drehten sich ganz ohne Ecken weg. Percy wortschelt ganz trürig weg. Meine Fremd fände mich doof und stinkig. Ich kann niemals so perfekt sein, als sowieso. und so andere schnäudert ame Meier und die Wände püsten nach Stoja, dort ist ganz schön kaltse allein. Doch Percy sich in heute sattart auch ganz. Dann wüt Percy sich Einen klingend fremd, ich steu, ein Eis. Aber der neue Pinguin, der wird verhebstlich kuschelig in Wurr. Ohne Persie können die anderen Pinguine endlich wohl vernünftig in den Rüh eten. Du hast es still, sieh der älster Pinguin. Durch Schwamme, Gons, Fein, Ermerie, ohne irgendeine Plätschen, die du und die Däme von irgendeinem andern. So wisst du, wann die Neufels sind, die du folgst oder nicht. So ein Wortschritt oder eine Art, welche Reh hängen unterher. Ein bisschen langweilig, seht der Gons, der Pinguin, mit Gons, der Wächste, Flauschigste, wie er. Eingwänscht, Persie wird hier seine, seht schließlich der kleinste Pinguin. Wurde Persie, ein Wärtlichheit, nur das, frucht der älster Pinguin. Heu ist ganz allein und der Eis hier kalt. Der Pinguine fang an, sich seh er, die Merke. Oh, wo wird der seine? Also, gingen sie lächst an Persie, die Säke. Der hat wie ein geräter Schnäustarm, und sie mir gesich sah er. Persie, wo bist du? Wo bist du? In einer ganz äsie Höhle sah sie zwei Schnäu-Pinguine. Der eine, der hat schon einen Schnuffelmeier. Aber der andere, der schon einen begonnen fährt. Dort wie ein Persie! Alle Pinguine drängte sich am Arm und kuschelte sich am Arm. Gons, posteig, langsam, gons langsam, fang er unter Schmelze. Trau, trau, trau. Als Persie seine Flechte vom Eis frie wäre, streit heute und ein Fong an seine fremde Kettle. Der Pinguine, den fahlen Haaren im Schnäu, so sei er, was zu dir lachen. Ach, Persie! kechert den Glanz der Pinguine. Das ist so schön, dass die Wara du bist. Entmerdend von all diese glätten die Pinguine doch sich Persie. Dort euch vielleicht doch nicht unbedingt sehr perfekt sein muss. Wenn sie eine fremde Gleichter und kreift sie auf euch wieder. So, glaube ich, Herr Jan. Habe ich auch seine fremde? Ich wünsche mich, dass ihr seine Hand habt. Aber sie sagt, am Anfang sind Jesusläufig ein Kreuzes gesagt. So, und das ist unser Schicht von Persie, dem Pinguin. Weil wir von dir auch dann eine Pinguinboschle. Okay, aber am Anfang wähle ich euch mal den Bibelfachschiffen, der auch verlese ich. Und der ist vom Psalm 100 nehnendartig, Verschfiertchen. Du sagst, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Und dort kann ich zu Gott auch sein. Ich kann dem Danke sein, dass ich ihn so wunderschön gemerkt habe, wenn es Gott auf jeden einzelnen nur siebenbildet gemerkt hat. So, dann werde ich anfangen. Die Brücke in der Klebe Pirol war da, ja? Dann brücke ich einen schworten Kartuliner, weil die Wälde kann ich auch mit einem schworten Markador die eine ganze Klebe Pirol in die Tasche. Und dann mit einem Tisch, wenn ihr habt, wenn ihr nicht Kartuliner habt, ja? Das wird für mich ein bisschen spannender sein, ohne Kartuliner. Okay. Wie haben die schworte Kartuliner? Wie wähle ich? Hier Raum. Dann nehme ich einfach mal das hier Raum und dann gehe ich wieder aufschneiden. Ja? Ich habe hier das aufschneiden, so dass ich das bloß noch anbake. Ja? Okay, dort brücke ich. Dann brücke ich ein kleines Wettet Kartuliner für die Euhe nochher, ja? Das war ich nochher wieso, aber dort brücke ich. Dann brücke ich noch eine schworte Kartuliner für die Flechte nochher. Da brücke ich nochher wieso, weil sie das töbchen leicht haben. Dann brücke ich noch ein Orangen für die Feuchtjes von Persi. Und ein andres Orangen drei neu agiert. Dort ist der Schnubel von Persi. Und dann noch ein Wettet. Ein Wettet Biet. Das brücke ich für den Bock. Für den Wettet Bock, ja? So, dann wagen wir mal anfangen. Hier schmoll, wo wir hier gut kleben ab. Du möchtest auch fern anbleib. Was hier boven anfangen, du möchtest hier nicht ganz bemauzen. So, so er fern. Dann da ich ganz versächtig hier anfangen. Seht ihr da das unten in wo wir stemmen der? So, dann da ich das hier um nehme. Zermin steigt hier noch ein bisschen eh war dann war hier ob die kartoline auch noch ein bisschen hat und machen das du fern vorspacht. Du an die dann steht sie höhle fern vorspacht kann das mit hier roll auf das oder fern vorspacht jo den schauer flech auch seh du mag hier ne finger nicht zu gris mehr so seh seh hab ich unser roll über bar dann war wie den bock dort ist dann nicht das wichtigste den habe ich einfach mit ein kleines feuer agiert kartoline rutscht schneide in wette kartoline jo die ich hätte an sie vergräut hier eine klebepirale erst und dort den bäts hier wieder aus bad ever halb riet ja du mag die mäd sie weiter vergräut dort wo ich dann in med hö blei das wie dort maja mal die tun hat so fern in dem mäd dann wo hier eine scheuer nehmen und versägt es in der runde kolla aus mell ich durch die schniede also das kolla der zieht bis eine halb von kolla jo sehen wir wieder up nicht check mal weil ich das hier ein bisschen lächer haben wir dort vor dich und dort weil wir hier noch back jo so ist das das ist der Bock von Percy Klebstoff noch dann dort wird sie wieder eine fern ab back okay dort fern so eine dann hat Percy und den Bock hier sind wettet fell so ja fern sehr dann wir wieder merken mit der flächte dort bräck hier auch ein schwartet kartulina ein karl flieh nicht wo ich auch immer mit wie sie verkröte und sie vergläckte wie ne klappepier alles die ich hätte so in jahre das ist nicht ganz bei dem mäd nicht ganz ne ganze haufe von der klappier das mädlich sein ja so da wo ich auch in mäd tüb leih in nann wo ich dort auch ein gläck schneide also gläck und dann schneide die dort so und ein bisschen runter so ich habe das so das habe ich halb geleih dort habe bis du möchtest die dvon mädchen du wo in der linie so dvon dvon die halb geleih ho wo ich nicht der schnieder fern gläck der schnieder nu habe 2 fluchtjes wat we nu doen de warte hier ope einde ganz klein aankneiden dat wat we brauchen do m we gaan van onbaken joh ze andere ook nu waar je krijgt dat wat je hebt een beetje om je leg hud doe wat je een beetje kle ban op so dass fern anbaken wird, und der baken die dann nur noch. Dann machte die auch gar mit Fosshöhle, du machte die fern anbaken, geht Fosshöhle. Eine Fläche anbaken und die andere, wenn ihr das auf einmal nicht hält, dann könnt ihr auch hier einen Tape nehmen. Schaut, hier hat es in dieser Tape, und da könnt ihr dann ein ganz kleines Ängstchen nehmen und dadurch in der Fläche nun ja wagen, falls ihr das fehlen soll. Dann geht der Tape mäßlich zu sein, in der Fläche bleu fern an, ja. Ich warte wieder mit Kleber däunen. Und hier fährse, hier hast du das andere auch wieder, ja. Dann war geht noch ein drähtje, damit es fern anbaken wird. Und hier ist noch nicht ein drähtje. Jetzt kommt der Tape mit Kleber däut. Dann kommt der Tape, wenn wir das nicht auf dem Bauch kregen, dann warte. Dann kommt ihr zu in der Tape, weil wir das Kleber däutern nicht so so auf dem Bauch. Ja. So. Der soll wohl anbleiben. Die habe ich an dem Pinguin meist vor dich. Aber wie nie wurde, es sind die Feuertjes. Du brauchst die in kleinen Orangen mit Kartoliner. Das soll euer gesagt haben. Wenn ihr nicht Kartoliner habt, dann wird die in wettet Blut nehmen. Ganz normales wettet Blut. Enttürzt du die Klirren ab, was die Brücke. So. Wenn ihr nicht Orangen mit Kartoliner habt, dann nehmt ihr in wettet Blut. Schniedet ihr so ein bisschen Rütt. Und dann hier die Orangen Tasche. Du magst hier auch, was Orangen nicht haben. So. Das war die Oktoberleih. Dann werden wir hier Feuertjesrütt schneiden. So. Dann werden wir mal so eine, weil wir dort haben hier. Hier von wo fangen die an. Dann geh ich mit drauf. Das sind die Pinguins. Haben drei Fängers. Drei Toi. Wer auch. Du, äh. Die so abhose. Die ich eine dir mit Spatz haben ja auch. Man die machte. Und ich schaue mal. Ich habe hier zwei Steig. Wenn ich dort Blut irgendwann an der Leicht holt. Ich dort dort drübt. Und das sind heute zwei. Das sind die kleine Feuertjes. Ja. Du war ich nicht dort selbst geredet. Du warst hier bei der Flächte dort. Ich war dort unten stehen. Drüblei. So. Ich tue nun Falten. Ja. Das andere auch. Ich habe hier einen Götetsteig. Du machst das Fernumblech. So. Und dort war ich nicht von unten. Von du, wo ich da drübt. Die leuchten. Von du. Wo ich da drübt. Wo ich da ein bisschen klebe. Nun. Und dann. Wo ich da hier. Bietet. Bock. Die anziehen. Dann. Da ich da. Das ist das. Du. Nun. Ja. Dann. Hier. Das ist das. Und. Das andere noch. Und. 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 Das ist das. Und. 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 Ich. Ich. Und. Erstaunlich. Und. Wunderbar. gemacht. Und. Und. Ich. Ansaupone. Wir haben. Blut oder Katharina, ich kann noch ein bisschen Blut nehmen. Das ist an die Ferse, die wir nicht wollen. Aber das brauche ich nicht weiter. Tape Leih in der Matte. Und wo ich nur einfach eins voll anziehen. Ich kann auch Pons rund sein. Ich kann auch mit Länglich sein. Da habe ich bis weiter Trübke Leih. Du möchtest uns das Fütz und wo jaf. Wenn die Läufer macht der Einzelmerke, dann kann ich da drüben. Dann kann ich bis zwei Einzelrunde Bitter entschneiden. Ich möchte ganz fair sein, wenn ich das so ganz klein bin. So. Und hier habe ich zwei Übke. Sie wollen wieder in die Fütz nachbaken. Das ist nicht nur für Schade. Sie sind ganz klein. Du hast die Fossheile. Hier baut wir den Pärs in den Übke. Nach der andere Übke. So. Du brauchst hier einen Schwarten Staf. Und hier habe ich noch. So. Schwarte. Ich kann das nicht mehr machen. So. Nach der letzte ist der Schnubel. Hier habe ich den Schnubel. Du hast euch auch besser gekleidet. Feuerkontiert. Kann du Lina auf die Schnäde. Dann tue ich dort ein. Dann schläge ich dort ein. Dann schläge ich dort ein. Treue angeräte. So. Ich habe jetzt das getrun. Und dann wollen wir das hier. Und dann wollen wir da hier. Einmal wollen wir hier ein wenig hier töten bleiben. So. Damit wir das anbaken können. So, jetzt bist du dran, damit wir hier nochmal mit den Denzhaar über den Frosbach. Klebsch, Kleber noch. Versich, ihn schnubbelt jetzt. Was geht vor? Ja, jetzt wird andere, du magst hier den Froschöle gehen. So, ans Paar sie ist gut gelangt. Der hat gerade gesehen, dass er nicht. So, ne, er steht perfekt vor dich. Und ich möchte euch das Pinguin einmal daran erinnern, wie besonders die sind. Auch wenn die nicht so sind als alle anderen, weil die ein bisschen anders sind. Ihre Sachen ein bisschen anders stehen. Jesus läuft hier so, ja, und er hat einen Kreuz sehen, mir. Ja, so. Ja, dann muss euch ein Kind noch eine wunderschöne Werkbände erlösen. Macht Gott Kind reichlich sehen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.